Supramax, ein Patent der chemischen Werke Sachsen, präsentiert FSV-TV. Hallo liebe FSV-Fans, wir haben eine traurige und enttäuschende Zeit hinter uns. Jetzt wird es aber an der Zeit, nach vorne zu schauen. Ich bin stolz und froh, euch verkünden zu können, dass ich meinen Vertrag heute verlängert habe. Ich muss Danke sagen an alle Verantwortlichen des Vereins, die das möglich gemacht haben. Hervorheben möchte ich aber Robin Lenk und Marvin Klotzkowski, die sich sehr um mich bemüht haben. Dafür bin ich sehr dankbar und darüber auch sehr stolz. Den größten Dank möchte ich aber an euch Fans richten, denn ohne euch würde ich hier heute nicht stehen. Euer Zuspruch, das ist einfach Wahnsinn und wie ich gesagt habe, das ist eine Herzensangelegenheit. Jetzt zeigt sich, ob wir eine rot-weiße Familie sind. Und lasst uns zusammenhalten und dafür sorgen, dass der Verein und auch wir wieder bessere Zeiten erleben. Wir haben zusammen geweint, doch jetzt ist Zeit, dass es wieder positiv wird. Ich werde auf dem Platz alles geben, ihr auf den Rängen und dann wird es wieder eine geile Zeit geben. Und bis bald, eure Nummer 13.